Österreich gewinnt und kann auf das Achtelfinale hoffen. Es war ein aufregender und emotionaler Abend im Ernst-Happel-Stadion in Wien, als die österreichische Nationalmannschaft in einem fesselnden Spiel gegen Polen einen wichtigen Sieg errang und somit ihre Chancen auf das Achtelfinale der diesjährigen Europameisterschaft warte. Mit einem Endstand von 2 per 1 gegen die favorisierten Polen hat sich Österreich in der Gruppe C eine starke Position verschafft. Das Spiel begann dynamisch mit intensiven Angriffen von beiden Seiten. Schon in der achten Minute brachte Robert Lewandowski, der polnische Stürmerstar, seine Mannschaft in Führung. Ein präziser Kopfball nach einer Ecke ließ dem österreichischen Torwart Heinz Lindner keine Chance. Doch Österreichs Antwort kam prompt. Zwei Minuten später gelang den Gastgebern durch einen hervorragend koordinierten Angriff der Ausgleich. Marko Arnautowitsch erzielte das wichtige Tor, indem er den Ball geschickt an Polens Torwart Wojciech Szczęsny vorbeischob. Das Spiel blieb weiterhin spannend und ausgeglichen. Beide teams had more chances to change the score. Austria presented itself courageously and used the vocal support of the home fans to put on a fighting performance. Poland's offense, led by Robert Lewandowski, kept putting pressure on the Austrian defense, but the defense held strong. In the second half of the game, Austria managed to take control. The team played more focused and gained more advantage in the midfield. In der 65. Minute war es erneut der erfahrene Marko Arnautowitsch, der den Siegtreffer erzielte. Nach einem schnellen Konter und einem präzisen Zuspiel von Marcel Sabica überwand Arnautowitsch den polnischen Torwart mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck. Dieser Sieg ist für die österreichische Nationalmannschaft von großer Bedeutung. Trainer Franco Foda zeigte sich nach dem Spiel sichtlich erleichtert und lobte seine Spieler für deren Entschlossenheit und Einsatzfreude. Das Team hat einen enormen Kampfgeist bewiesen und verdient gewonnen. Jetzt gilt es, diesen Schwung mitzunehmen und sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren, kommentierte Foda im Postmatch-Interview. Die Fans waren euphorisch und feierten ihre Helden noch lange nach Abpfiff. Der Traum vom Einzug ins Achtelfinale ist für Österreich greifbar nah geworden. Mit diesem Erfolg setzen sie sich in der Tabelle auf den zweiten Platz und haben nun gute Karten, um ins Achtelfinale einzuziehen. Polen hingegen muss nun seine verbleibenden Gruppenspiele gewinnen, um sich zumindest als einer der besten Drittplatzierten für das Achtelfinale zu qualifizieren. Mit viel Einsatz und einer beeindruckenden Teamleistung hat sich das österreichische Team in eine gute Ausgangsposition gebracht. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sie in den kommenden Spielen gegen ihre Gruppengegner abschneiden werden. Für die österreichischen Fans war dieser Sieg ein unvergesslicher Abend voller Emotionen und Hoffnung. Jetzt richten sich alle Augen auf die nächsten Spiele, in der Hoffnung, dass die Jungs in Rot und Weiß ihren Traum vom Achtelfinale Wirklichkeit werden lassen können. Autor Anita Farke, Freitag, 21. Juni, 24.